Hallo, ich bin jetzt wieder da. Es gab leider ein kängiges Problem. Als ich gestern den Erinnerator gemacht habe im nächsten Part, da, der war genauso stark wie er normalerweise auch. Da habe ich mir ein Video angeguckt von dem, der auch perfekt so gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass Taubstin und Verwoger ein paar Level-Stöcker waren als normal. Und da muss ich, ich muss irgendwas mit dem Patch falsch gemacht haben. Ja, ich habe den ganzen Abend gestern versucht, das irgendwie hinzubekommen und jetzt eben gerade habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es wirklich perfekt so. Warum ich es weiß? Ich habe eben oben in der Wiese einen Schamjagen getroffen. Ja, also mache ich jetzt alles nochmal. Den Anfang habe ich jetzt schon weggelassen, den kennt ja sowieso jeder, den hatte ich auch schon. Aber eben gegen die Trainer und alles, wir könnten ja neue Pokémon haben. Also fange ich jetzt wieder an. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen Fail. Hier, Raupi! In der Silberne gibt es normalerweise keine Raupis. Der Horn-Deos. Das ist schon wieder ein Beweis. War ich gestern schon? Der Horn-Deos ist normal, aber naja. Ihr seht, ah ja, mein, mein Vorregel ist schon in der B11. Das ist bestimmt später vom Vorteil. Ah doch, das ist... Ich glaube, da kommt sonst was. Saftkorn. Ich glaube, sie... Das weiß, treffe ich nicht. So. Saftkorn. Da wird zwölf. So, was ist denn das hier? So. Change, change. So, ja. Ja, ist gut. Gut. Pokédex. Ja, 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 ja. Ja, ist gut. Ah, was fand ich alle von mir? Naja, er hat mir gerade gesagt, dass sein Pokémon geklaut wurde. Aber das hättet ihr eigentlich schon alle wissen. Naja. Da sind wir hier noch was Interessantes treffen. Immer wieder am Horn-Deo. So, jetzt kommt vielleicht der Rivale. Wir machen jetzt die Möglichkeit wieder normal für diesen Kampf. Das hier wird eigentlich was Besonderes. Ich weiß auch nochmal, weil ich nicht weiß, wie oft diese Person hier abstürzt. Teilweise jetzt noch nicht, aber... Wir werden hier uns sicher gehen. Ja, meine Feuerriegel ist schon gut trainiert, würde ich sagen. Da habe ich einen guten Vorteil. Ja, und ansonsten tut mir der Fels wirklich sehr, sehr leid. Aber okay, jetzt geht es ja richtig los. Was eher, ob der Rivale hier stärker ist. Da bin ich gespannt. Ich denke nicht. Ab geht's. Oh doch, auf Level 6. Hier sieht man's. Jetzt steht es endlich fest. So, dass es eine veränderte Version ist. Aber ich bin doppelt so stark. Halt mal, Kanimania hat normalerweise auf Level 6 Aqua knarrt. Das ist übel. Oh ja, Watergun. Das verschwiere ich die Sache. Aber... Es hat trotzdem nicht das Problem werden. Nö. Nicht wirklich. Also für die, die Feuerriegel anfang nehmen, die haben ein kleines Problem. Genauso gut für die, die kann die Manie nehmen. Weil dein Kämpfer vielleicht gegen Endibie... Endibie... Das ist auch auf Level 6. Und das kann Rasierblät dann schon. Ne, das ist richtig übel. Aber... Ich bin mehr als gut genug trainiert und gewinne mit Leichtigkeit. Ja. Ja, ist gut. Ja, das ist schön für dich. Naja, mein Gläubiger Stöcker. Na, wie viel ich kann hier erhöhen? Jetzt kommt wieder uninteressante Sachen. Ich würde das jetzt so machen, bis ich bei einem ersten richtigen Trainerkampf bin. Da werde ich ja normal spielen. Da wird es ja ziemlich viele Änderungen geben. Ups, ich fühle die Tür nicht. Ja, 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 ja. Schön, 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 ja. Ja, ich bin nicht so wie gestern. Matt. Äh, das T, 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 da. Matt. So. Passt voll irgendwie überhaupt nicht, aber mir fällt nichts anderes ein. Nichts Gutes zu mir ist. Naja, bin langweilig, dass alles ist. So. Ja, gut, 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 gut. So. Okay. 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 Äh, ja, ich bin jetzt fertig. Nee, ich will nichts von dir. Verschwinde. Verpiss dich. Haha, ich bin weg. Ich renne. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bleib nicht in Ruhe. Oh, nee, jetzt zeig ich mir, wie man Pokémon fängt. Der hat einen Meryl. Ah. Er hat's gefangen. Er hat einen Ratzplatz gefangen. Wie, was für ein Idiot. Ja, verschwinde. Ja, schön, schön, schön. Mal gucken, ob ich den ersten Trainer noch schaffe. Wieso? Nächstes Abnormales, komplett normal. Schon wieder ein Wieso. Mensch. Den ersten Trainer lass ich noch schaffen. Wens mal, ich bin schon mal auf ihre Pokémon gespannt. Das wird bestimmt lustig. So, ja. Oh, Mann. Oh, wie. Verdammt. Taubsi. Weg. Mann, die bringe ich noch verdammt wenig Punkte. Oh. Das nervt. Komm schon. Oh. 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 Warum kommen jetzt nur Taubsis auf Level 2? Was war denn der Mist? Oh. Ne. 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 Fail. Fail. Na gut. Ich mach hier Schlüssel. Sehen Sie genau an dieser Stelle wieder. Also dann, bis zum nächsten Part. Bis dann.